Mein Tagesseminar mehr Technikleistung abrechnen und gleichzeitig die Kundenzufriedenheit erhöhen. Fragst du dich manchmal auch, wie es deine Techniker schaffen, den ganzen Tag beschäftigt zu wirken, aber dabei viel zu wenig abrechenbare Dienstleistungen zu produzieren? Und auf welchen Wegen kannst du es schaffen, dass deine Mitarbeiter im Durchschnitt mehr als 100 abrechenbare Dienstleistungsstunden pro Kopf produzieren? Und mit welchen Maßnahmen in der Organisation und Kommunikation, mit welchen Systemhaus-Tools verbesserst du dein Systemhaus so, dass die Produktivität immer besser und besser wird, sowohl im Geschäftsmodell Zeit gegen Geld, also abbrechenbare Dienstleistungsstunden, und auch im Modell Managed Services, Effizienz gegen Geld, wo die Techniker ja mit möglichst wenig Zeitaufwand möglichst viele Kunden zufriedenstellen sollen. Mein Name ist Mike Bergmann und meine Mission in diesem Tagesseminar ist es, dir meine Erfahrungswerte aus meinem eigenen Systemhaus, Ex-Arbeiters, und aus vielen anderen Systemhäusern, die ich in den letzten Jahren betreut habe, weiterzugeben. Ich zeige dir genau die Schritte, wie du Schritt für Schritt mit unseren Checklisten die Produktivität deiner Techniker erhöhen kannst. Mehr abrechenbare Dienstleistungsstunden, mehr Effizienz bei Managed Services, bessere Prozesse im Systemhaus, zufriedenere Kunden und dabei gleichzeitig mehr Geld verdienen. Genau darum geht es in diesem Seminar. Mehr Technikleistung abrechnen, Kundenzufriedenheit erhöhen und Abrechenbarkeit deiner Techniker. Ich freue mich auf deine Teilnahme. Bis bald, dein Mike Bergmann.